Dann lass Happy Souls schauen. Was zur Hölle ist Happy Souls Brot? Also ich meine, es hat vermutlich irgendwas mit Dark Souls zu tun. Digga, das geht 15 Minuten. Aber es hat auch 31 Millionen Aufrufe. Ist das gut? Happy Souls ist großartig. Komm, wir gehen mal blind rein. Wir gehen mal blind rein. Ich habe keine Ahnung, worauf ich mich einlasse. Are you ready for this? Oh yeah. Let's do this. Dark Souls has trained us well. I know, right? Looks like they made this game easier so casual players can play. Yeah. Whoa! Kennt man diesen Boss? Ist das ein Boss aus einem der Spiele? Ukulelengedudeln.mp3 Kennt man den Boss? Oder ist das jetzt einer? Ah, Dark Souls 2. Ah, lol. Okay, ja, da bin ich raus. Ich glaube, das Spiel sieht ziemlich schwierig. Wenn du weißt, dass du verkackt hast, den Mörder nochmal richtig schön in den Arsch kriechen. I'll see you later. Okay. Die Musik ist gold. Die Musik ist richtig gut. Hey Monkey, danke schön für dein Ein-Jahres-Jubiläum. Solaire gab uns einen Soapstone. So this guy is like the new Solaire. You know? Yeah, you're probably right. I'm going to kill you later on. Ist das alles auf Dark Souls 2 angelehnt? Ja, Solaire haben wir erfolgreich getötet in unserem Dark Souls 1 Run. Das war ein sehr schöner Moment. Ich hasse dich, du Bastard. Und ich habe dein Leben beendet mit meiner puren Willenskraft. Ich habe dir meine Faust so in deine elendige Fresse gerammt, dass ich dich nie wieder anfassen werde. Kann man den Boss aus der Arena schieben? Ist das so ein Glitch? Aber Blitzschmere gibt es doch, glaube ich, auch in fast jedem Souls, oder? Und die sind immer relativ stark. Das hat mich voll an Star Wars 4 erinnert, wo Han Solo auf dem Todesstern am Ende den Sturmtruppen hinterher rennt, kurz Pause ist und dann wieder rausgerannt kommt und ihm die ganzen Sturmtruppen folgen. Ist das der Simp-Charakter aus Dark Souls 2? Und Horst-Butt? What? Check it out, I'm a baby bird. That's pretty good. Buddy! We run and we explode! I'm going to blow up! Ah ha 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 ha! You think you can handle my spells? You know, you sound a lot like our old friend Frampt. Yeah, he does sound like Frampt. I don't know what you're talking about. Here, eat this. Well, I'm not really hungry. It is Frampt! Oh, it's good to see you, Frampt! Den hab ich nicht kapiert. Aber ich find's witzig, wenn er scheiße frisst. Frampt war die schwarze Schlange aus Dark Souls 1. Gegen die hab ich nicht gekämpft, kann das sein? Ah, die im Feuerband schreien. Ach, das ist ne Schlange? Die einen darunter zum Endboss bringt. Dieses Psychowesen. All right, it's two on one. It's going to be an uphill battle. I'm sorry. Very good. Hey, do you know how to beat this boss? Yeah, I've beaten him before. Ah, kann man in Dark Souls 2 sich quasi auch so Helfer beschwören, die einem dann helfen, den Boss zu besiegen? Okay, okay. Just follow my lead. Sounds good. Also ich würde halt mehr verstehen, wenn's Dark Souls 1 oder 3 wäre, aber ich gebe mein Bestes durchzublicken. Be free, my master! Find some cover! Das gab's in Elden Ring auch, diesen Dungeon, wo die ganze Zeit diese Kutsche hoch und runter gefahren ist. Boah, ist das nervig gewesen. All right, let me in. I don't think there's enough room for three people in here. All right, very funny. Now make some room. Now let me in. You gotta find another spot. No time! Just find another spot. No time! Just find another... I do not have enough time! I like trains. I just wanted the souls. Hey, this place looks pretty cool. I wonder if there's gonna be a... Buddy? Buddy? I have a solid snake. I didn't do a box. That's amazing. Hello. May I share with you the lore of this land? Yeah, let's hear it. I know it's hard to believe, but we're actually standing at a... Why did you do that? No, that was my fault. Please leave a bad player review on my name so I may learn from my mistakes. You know, I actually feel kind of bad. You should! It was just trying to tell us the lore of the land. Well, I didn't know that before. You're a big, fat, sticky green jerk. Hey, that's my physical appearance. That hurts really bad. Oh my God! Oh my God! Bro, was ist das? Wer ist das? Kennt man den irgendwo hier? Ist das ein bekannter Charakter? Der hat den doch nicht einfach so random da rein animiert. Das muss doch irgendeinen Grund haben. Ja, der sieht ein bisschen aus wie aus Trombone Champ. Stimmt, ja. Oh, das ist der Villager aus Animal Crossing? Kann auch sein. Ja, aber es ist so eine... Stimmt, es ist so eine Scooby-Doo-Reference, ja. Das kommt bei Scooby-Doo ganz häufig vor, dass die immer durch diese Türen rennen. Ja, true. Bro, hä? Warte mal, da kam jetzt Luigi? Da hinten ist Master Chief? Aber stimmt, ja. Ist doch wahrscheinlich der Villager-Waller von dem Skorpion gejagt wurde. Ja, true, das ist ne... Ja, stimmt. Stimmt, der Skorpion. Der ist selber aus wie der Ballrock. Sie werden nicht fortfahren. Alter, diese Subtitles sind teilweise... Das ist so ein Crap. Aber warum sieht das aus wie Count Dooku? Gandalf! 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 Es ist 2 auf 1, Freund. Gib es auf. Ist das ein bekannter Glitcher? Ist das ein Gegner, der bekannt dafür ist, Glitches zu nutzen oder Buggy zu sein? Die S2 ist voll von Hackern. Ah, okay, okay. Und Latency-Probleme in PvP, okay. When I hit the tree, it makes a funny noise. Oh. Can you not hit that tree? Why is everyone sabbing me in the back? Because it's easy. Digga, der sieht einfach aus wie Skor-Skin-Duo. Hab's schon wieder Bock, Elden Ring abzubrechen? Und das ist ein Kaffee. Und das ist ein Kaffee. Und das ist ein Kaffee. No problem. I don't have anything with me, but if you meet me in my house... I've got Boss Weapons! Did you say Boss Weapons? Boss Weapons! Where do you live? Right down the road. Can't miss it. Right down the road. Right down the road. Guess we'll see you there? Yep! Right down the road. Right down the road. Right down the road. Right down... Buh-bye! Ich hab nicht auf den Hintern geguckt, Freunde. Jeder... Ah, Puhnen! Eeeey! A guy! Hut vor der Stehlo! Der Toste-Die! Der Toste-Die! Der Toste-Die! Der Toste-Die! Der Toste-Die! Der Toste-Die! Oh, es ist heiß! Oh, es ist wirklich heiß! Du musst dich mehr aufmerksam sein, Junge! Ey! Zwerg Parade auch im sechzehnten Monat schon! Was geht?! Denn, dass du da bist, man! Sieht einfach aus wie Saurons Turm. Soul Book. Let's go. Unten einfach Easter Egg von Solaire. Praise the Lens Flare. LOL. Aber was ist an der Seite noch? Leather Smith? Das kapiere ich nicht. Sponsored Pursuer. Never stop pursuing. Okay, wie heißt der Boss? Ich muss wissen, wie dieser Boss in-game aussieht. Dark Souls 2 Frog Boss. Kommt da was? The Demon of Song. Bro. Aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, cooles Boss-Design. Muss man jetzt mal zugeben. Eigentlich ziemlich geil. Eigentlich schon Smash. All die Skipp. Ich mag sehen, wie die Gigant Bones von Kreaturen sehen. Denn dann kannst du, wie sie sehen, wie es wie vor, die Gigant Bones geworden ist. Du hast das wirklich wunderschön. Aber ich weiß genau, was du sprach. Wo kommt das her? Das ist doch der Pink Panther, oder? Die Pink Panther-Realverfilmung. War die nicht mit diesen Augen, dass die immer hinter den Bildern waren? There's a giant hole here. With Inspector Drizzle. No, no, no. Ah. Oh. Oh. What is this yellow goo? Oh. Oh, it smells so bad. Oh, come on. Stimmt, Asterix in Ägypten auch. Es ist auch so ein guter Film. What's that? This is what we've been waiting for. I'm sorry. Oh, it's supposed to be where that giant bird lives. Let's check it out. Ist das... Ne, das ist noch nicht der Endpost, oder? Bird, it's actually a dragon. What do we do? Maybe we can sneak around it. Nope, that doesn't work. Ha ha ha! I think we should get out of here. Yes, please. I don't want to fight any more dragons. Let's go. Do you think he's going to follow us? Just calmly walk away. Ist der Boss dafür bekannt, dass er einen lange verfolgt? Oder ist das jetzt nur ein Joke? Nur ein Joke, okay. Die Sounds sind richtig geil, wie aus so alten Gameboy-Spielen. Ist das der Final Boss? Brave Undead, you have proven yourself to me. Now, be one with the Dark... Wie heißt der? Ich will den auch mal, ich will den auch mal sehen. Dark... Ah, Dark Souls 2, feine Boss. Da finden wir safe was. Boah, es sieht aber auch... Also, man kann sagen, was man will, aber... Also, Dark Souls 2 hat schon coole... Es ist halt einfach leider wohl von dem Gameplay, also, vom Gegner Spam... Es muss nur einfach sehr, sehr unfair sein. Aber prinzipiell von den Designs hat das schon... Hat das schon Stil. Also, ich kann schon verstehen, wenn Leute sagen, dass die Dark Souls 2 cool finden. Die Bosses sind aber auch nicht gut. Ja, okay. Aber die Designs sind cool, okay? Die Designs sind cool. Oh, that wasn't too bad. Our souls are free! Why are you being so dramatic? I don't know, I just feel like that took a really long time. Yeah, I guess so. What do we do now? Wanna play through again? Oh, stark. Also, natürlich hat mir jetzt ein bisschen Dark Souls 2 Wissen gefehlt, um so alle Anspielungen und so zu verstehen. Also, ich glaube, wenn man das Game durchgespielt hat, dann checkt man da schon nochmal ordentlich mehr. Aber ich glaube, mit so prinzipiellem Dark Souls... Mit so prinzipiellem Dark Souls Verständnis hast du schon einiges davon verstanden. Sehr geil. Gibt's das zufälligerweise auch noch mit Dark Souls 3 oder so? Oder gibt's das nur für Dark Souls 2? Dark Souls 3 ist die beste Souls Animation, die es gibt. Diese Musik die ganze Zeit. Ja, die Musik war sehr gut. Die Musik war sehr strong. Die Musik sind die Gelenks용 quaher. Oh mein Gott. Was ist das, was ein Typen?